Sie, die junge Frau, die in Brand gesteckt wurde, arbeitete in seiner Firma, diese Dame war eine schöne Dame mit Verstand. Dieser Arbeitgeber hatte sich in sie verliebt, und einen Heiratsantrag gemacht. Sie war in einen afghanischen Jungen verliebt, der für ihn ausgewählt wurde. Der Arbeitgeber akzeptierte dies nicht, und entließ sie sofort. Sie fühlte, dass er es nicht richtig war, und sich für ihre eigenen Rechte eingesetzt hat und hat sich damit rechtlich auseinandergesetzt, wobei dieses Thema wirklich eskaliert ist, und zu zahlreichen Gerichtsverfahren geführt hat, und der Arbeitgeber hat all diese Gerichtsverfahren verloren, und diese Dame wurde in die Pflicht genommen. Sie sollte am 20. dieses Monats heiraten, alles war arrangiert, ihr Kleid, der Hochzeitssaal, die Musikgruppe und die Gäste waren ebenfalls eingeladen. Sie wurde rücksichtslos in Brand gesteckt, sie ist nicht mehr da. Wer war es? Warum haben die Journalisten geschrieben, dass es sich um ihren Morde handelt? Viele Dinge, aber keine Antwort. Ich hoffe, dass die Detektive ihre Arbeit gut machen, und die Täter schnell aufgreifen, denn dieses Verbrechen ist wirklich sehr schwerwiegend. In diesem Moment gibt es ein Tier, verrückt und gnadenlos jemanden, der frei herumläuft.